Zwei Wochen zähe Verhandlungen. Sie hinterlassen Spuren. Erst am frühen Morgen verkündet der Konferenzpräsident, es gibt ein Abschlussdokument. Sie alle haben sich enorm angestrengt, um uns an diesen Punkt des Kompromisses zu bringen. Ein Kompromiss, der kaum jemandem Applaus wert ist. Viele enttäuschte Gesichter. Kein Wunder, zwar wird ein Fonds für Klimaschäden in armen Ländern eingerichtet, aber es bleibt unklar, wer wie viel wann einzahlt. Alle Länder sollen ihre Klimaschutzpläne nachbessern. Kontrollen und Sanktionen aber gibt es nicht. Und kein Wort zum Ausstieg aus Öl und Gas. Dafür hatte sich eine Allianz aus EU und ein paar anderen Ländern besonders stark gemacht, ist aber gescheitert. Wir hätten viel mehr tun müssen. Unsere Bürger erwarten von uns, dass wir vorangehen. Das bedeutet, dass wir die Emissionen viel schneller reduzieren müssen. Nur so kann man den Klimawandel begrenzen. China und Saudi-Arabien zum Beispiel haben sich quergestellt. Finstere Miene deswegen auch bei Außenministerin Baerbock. Dass aufgrund der Glockade von einigen großen emittenten und ölproduzierenden Staaten überfällige Schritte zur Minderung und zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert wurden, ist mehr als frustrierend. Die Welt verliert dadurch kostbare Zeit Richtung 1,5-Grad-Pfad. Der 1,5-Grad-Pfad. Die Frage ist, ob mit diesem Minimalkompromiss der überhaupt noch einzuhalten ist. Nein, sagt Klimaforscher Mojib Latif. Wenn man es realistisch betrachtet, werden wir auf jeden Fall die 1,5-Grad reißen. Selbst deutlich unter 2 Grad zu bleiben, ist schon eine gigantische Herausforderung. Und ich fürchte, dass wir das auch reißen werden. Und insofern sind wir im Moment auf einem Pfad von eher 2,5, wahrscheinlich sogar 3 Grad. 2015, große Feierstunde in Paris. Seit der Klimakonferenz damals gibt es das gemeinsame Ziel, die Erderwärmung zu begrenzen. Seit Glasgow im vergangenen Jahr gibt es auch ein Regelwerk. In Shamil-Sheikh hätte es um die konkrete Umsetzung gehen müssen. Stattdessen wieder Grundsatzdebatten, fast schon Rückschritte. Insofern glaube ich, muss man sich vielleicht auch mal andere Formate überlegen. So werden wir nicht vorankommen, weil UNO-Konferenzen müssen immer einstimmig abgeschlossen werden. Und es gibt ja Länder wie Saudi-Arabien beispielsweise, die haben überhaupt kein Interesse, Abschied zu nehmen vom Öl. Immerhin wurden am Rande der Konferenz kleine Deals vereinbart. Windenergie- und Solarprojekte etwa. Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die vor Ort war, betont auf Instagram auch diese kleinen Erfolge. Wir haben mit der Zivilgeschäft in Senegal zusammen ein neues Projekt losgetreten, um uns gegen diese Gas-Deals zu wehren. All das passierte ja währenddessen und drumherum. Und das ist extrem hoffnungsvoll, das ist extrem bereichernd und ganz wichtig. Act now. Jetzt handeln. Darauf wird es nun ankommen. Also Erfolge im Kleinen, aber doch ein ziemlich frustrierender Stillstand im Großen. Sind diese Riesenkonferenzen überhaupt noch das richtige Mittel, um mit Artenschutz und Klimaschutz weiterzukommen? Das bespreche ich jetzt mit Lorenz Beckert aus der WDR-Wissenschaftsredaktion. Der war in Scham-El-Sheikh und ist quasi Außenflieger gleich zu uns ins Studio. Hallo. Frust über diese Nicht-Ergebnisse, die Nicht-Verbindlichkeit und auch die Nicht-Kontrollen. Das lesen wir jetzt überall. Gibt es irgendwas Positives, was du von diesen Tagen mitbringst nach Hause? Wir sind natürlich beim Klimaschutz nicht vorangekommen, also die Welt bei dieser Konferenz. Was ja natürlich auch einen Grund hat. Das lag nämlich an Putins Krieg und an der Energiekrise, die wir haben. Die ganze Welt ist ja jetzt im Prinzip schwenkt auf Gas und sowas um. Aber wir dürfen nicht vergessen, dieser Fonds, der Ausgleichsfonds für die Klimaschäden, das löst vielleicht in den Industrieländern nicht so Euphorie aus. Aber ich habe zum Schluss noch, als ich weggeflogen bin, mit Leuten aus Burkina Faso und von den Fidschi-Inseln gesprochen, denen stehen fast Tränen in die Augen. Für denen war das ein historischer Moment, nach fast 30 Jahren Kampf, um einen Ausgleich für Klimaschäden, Reparationen von den Industrieländern zu bekommen. Aber um gleich Wasser in den Wein zu gießen, es ist nicht wirklich festgelegt, wer da wann was zahlt oder auszahlt. Ja, weil der UN-Prozess einfach ein langsamer ist. Der Anlauf nach Paris hat ja auch Jahrzehnte, muss man fast sagen, gedauert. Es ist aber festgelegt, dass die Details bis zur nächsten Konferenz geklärt sein müssen. Und ich denke bis 2024, das nehmen die sich zumindest vor. Müsste auch klar sein, wer einzahlt und wer unter welchen Bedingungen Geld rausbekommt. Und wenn es 2025 wird, ist es für UN-Verhältnisse immer noch schnell. Ja, Stichwort langsamer Prozess. Fast 200 Länder, die müssen sich da auf eine Formulierung in jedem Punkt einigen. Das kann ja eigentlich nichts werden, denkt man sich als Außenstehender. Sind diese Riesen-Klimakonferenzen wirklich noch das Mittel, um zum Ziel zu kommen? Wenn wir jetzt nur auf die Abschlusserklärung starren und jetzt gerade die, die wir jetzt bekommen haben, würde man sagen, nein. Aber das ist mittlerweile gar nicht mehr das Zentrum der Geschichte. Das läuft sozusagen mit ein paar wenigen Delegierten aus den Staaten, die dort in Verhandlungen sitzen und gucken, wie sie sich gemeinsam einigen können. Aber ringsherum, Luisa Neubauer hat es in dem Beispiel gesagt, finden unglaublich viele Vernetzungstreffen statt. Ich war an einem Tag, der nannte sich Gender Day, in einem Treffen von afrikanischen Frauen. Frauenorganisationen aus ganz Afrika, aus allen Ländern, die sich zusammengetan haben und geschaut haben, was können sie irgendwie machen. Jugendorganisationen, da findet unglaublich viel Vernetzung statt. Auch konkreter Klimaschutz, Wirtschaftsleute sind auch dort. Die Zeit drängt, das Fenster für das 1,5-Grad-Ziel, das ist so gut wie zu. Die Folgen sind dramatisch. Wir reden gleich drüber, was es da jetzt noch an Perspektiven gibt. Vorher gucken wir uns mal an, was die Erderhitzung allein in den letzten Monaten alles angerichtet hat. Seit heute Nacht fressen sich die Flammen auch in der Bretagne durch die Landschaft. Die Feuerwehrleute tun, was sie können, doch der Wind facht die Flammen immer wieder an. Mehr als 1000 Feuerwehrleute kämpfen im Südwesten Frankreichs weiter gegen Waldbrände, den dritten Tag in Folge. Es sind in diesem Jahr alleine über eine Million Tonnen CO2 in die Atmosphäre durch diese Brände nach oben aufgestiegen. Und das sind sonst im Jahresmittel immer nur 300.000 Tonnen gewesen. Somalia droht nach Angaben der Vereinten Nationen eine katastrophale Hungersnot. Die Dürre nimmt den Menschen die Tiere, ihre Ernährungsgrundlage. Somalia trifft es besonders hart. Mehrere Millionen Menschen, fast die Hälfte der Bevölkerung, sind laut der Vereinten Nationen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Die steigenden Lebensmittelpreise durch Russlands Krieg in der Ukraine verschärfen die Situation. In Pakistan regnet es so heftig, dass seit Juni schon mehr als 1000 Menschen bei Überschwemmungen ums Leben gekommen sind. Rettung aus reißenden Fluten nach dem Monsun. Experten machen den Klimawandel für die Zunahme für Naturkatastrophen wie dieser verantwortlich. Laut Nationaler Katastrophenbehörde stieg die Zahl der Toten damit seit Mitte Juni auf 1033, darunter 348 Kinder. Es ist an vielen Orten hier bei uns im Westen das vermutlich wärmste Oktoberende, seit wir Menschen Temperaturen überhaupt aufzeichnen. Da ist sie, die eine Seite dieses Oktobers. Ein Oktober, den Meteorologen einen Rekord-Oktober nennen. Wir gehen davon aus, dass der Oktober 2022 der wärmste Oktober seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnung 1881 sein wird. Und ganz NRW fühlt, irgendwas ist ja ungewöhnlich. Und sieht auch nur schön aus, ist es aber nicht. Und trotz alledem schafft es zum Beispiel der Ausstieg aus Öl und Gas. Lorenz Beckert aus unserer Wissenschaftsredaktion nicht mal in die Abschlusserklärung dieses Gipfels. Obwohl doch alle wissen, das ist zwingend erforderlich. Woran liegt das? Ist diese Angst vor Verlust von Gegenwartskonsum und Gegenwartsgewinn so groß? Klar, Mojib Latif hat es im vorangegangenen Beitrag vorhin ja schon gesagt, wir können Saudi-Arabien nicht dazu bringen, freiwillig auf die gigantischen Ölreserven zu verzichten. Auch Russland und die anderen OPEC-Staaten werden nicht freiwillig auf Öl- und Gasreserven verzichten. Das wäre einfach naiv. Da muss schon in irgendeiner Form Druck reinkommen. Das wird erst in dem Moment passieren. Und dafür haben wir ja in Deutschland eine Energiewende am Start. Schon mehr als am Start, würde ich sagen, wenn wir das nicht mehr kaufen. Das würde ich jetzt noch mal konkreter gerne wissen. Was heißt das jetzt für die Klimaschutzpolitik eigentlich hier bei uns? Ein Kollege schrieb heute auf Twitter, also diese ganze Enttäuschung, die muss jetzt umgemünzt werden in mehr gesellschaftlichen Druck, auch in mehr Protest. Was sagst du? Mehr Protest, mehr gesellschaftlicher Druck ist immer hilfreich. Das deutsche Klimaschutzgesetz hätte es, glaube ich, ohne diese Fridays for Future Jugendbewegung 2019 nicht gegeben. Aber man darf eben, wie eben schon mal gesagt, nicht einfach nur auf die Abschlusserklärung dieses Klimagipfels gucken, sondern man muss einfach auch schauen, was an konkreten Projekten da läuft. Ich nehme nochmal zwei Beispiele, weil mit NRW-Bezug auch. Ich habe Bärbel Höhn dort getroffen. Die Älteren erinnern sich, 1995 bis 2005, Umweltministerin hier in NRW. Die ist jetzt Beauftragte für erneuerbare Energien für die afrikanischen Länder und ist dort und bringt Menschen aus Westafrika, Kommunalpolitiker, die sagen, ich möchte gern unsere Dörfer mit Photovoltaik, mit Sonnenenergie versorgen, mit Menschen aus Ostafrika, wo die schon sehr erfolgreich sind damit. Kenia hat schon 90 Prozent erneuerbare Energien im Strombereich. Bringt die zusammen und vernetzt die miteinander. Und noch ein anderes Beispiel, was eigentlich noch größer ist. Lula war ja da, der zukünftige, schon gewählte Präsident Brasiliens. Und vor ihm waren schon zwei Frauen, die in seiner zukünftigen Regierung sein werden. Und Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat sich mit ihnen getroffen und eine Partnerschaft für eine Energiewende aufgebaut. Da ist es milliardenschwer und das wird nächstes Jahr ans Laufen kommen. Wir sehen trotz des Frusts lauter Lichtblicke. Danke dafür auch, Lorenz Beckack von unserer Wissenschaftsredaktion. Gerade zurück aus Scharmel-Scheik. Gerne.